Hi! Morgen! Grüß dich, Matthias. Servus, Christian. Mein Hund. Ach ja, mein Hund ist super. Ist ja lustig. Ja? Hat jemand irgendwie so eine kleine Drommel? Hey, bis jetzt. Es gibt's jetzt ein geiles Tag. Wie? Ja, da, da, da! Jetzt hab ich noch aufschlafen gedrückt. Sorry. Ja, das ist ja mal ein bisschen schön. Danke. Yes, we can. Dann verteile ich meinen Sekt, oder? Ja, gut so. Ach, was ich tun, du hast ja nicht gepasst. Na, hier ist der Holz hier. Ich glaub, ich hab's echt gut rein. Schau mal, die Pfütchen sind geil, oder? Ja. Mega, oder? Also, viele Mal da. Ja. Ja, das ist gut. Ja, auf jeden Fall. 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 Ja, das macht mir auch Spaß, die Hand zu bauen. Ja, das ist original. Ja, das ist original. Ja, das ist original. Dann kommt die Zweckschenblende von der Schirrspülmaschine und drüben ist auch nochmal der Birnbaum. Da wird dann ein Laufgeber drauf. Und die... Die Namen sind Kirsche, oder? Genau, die Namen sind Kirsche. Auch der Korpus hier ist Kirsche. Der Korpus ist hier auch. Ich weiß nicht, ob er überhaupt nicht steht. Jetzt können wir uns jetzt oben finden. Jetzt gehen wir in die Schrank. Wir haben hier noch voll Müll da. Das ist ja gewöhnt. Das riecht gut. Auf, jetzt wieder noch. Jetzt wieder. Jetzt wieder. Jetzt wieder. Wie kommt die Zitze 5-formativer? Dar, weil der Korpus gegen 2-formativer war. Das hat die Zitze 5-formativer. Von 4-formativerante. Am 20, Snaassen wird Pause. 3 Groningen. Zurück oder Investervice. Das hat die Zitze 5-formativer bekommen. Jetzt pri Bam schittet. Die Zitze 5.